Wir befinden uns immer noch in einem dunklen Tunnel. Es ist schwer, einen Hoffnungsschimmer zu erkennen. Wie sieht es heute in Fukushima aus, vier Jahre nach der Atomkatastrophe? 12.000 Menschen aus Fukushima leben nicht mehr in ihrer Heimat. Sie wurden evakuiert. Sie leben in Notunterkünften und können nicht zurück. Die Fukushima-Katastrophe ist immer noch aktuell. Wie hoch ist die Strahlenbelastung in dem Katastrophengebiet? Und was für eine Bedrohung bedeutet das für die Menschen dort, für die Natur? Das Gebiet ist immer noch hochgradig radioaktiv. In Fukushima und den umliegenden Dörfern ist die Radioaktivität nach wie vor sehr hoch. Ein Effekt dieser Strahlung ist, dass die Krebsraten, besonders Schilddrüsenkrebs, steigen. Die Regierung und die Präfektur Fukushima sagen, sie würden das Gebiet immer noch dekontaminieren. Aber das fällt weit hinter die ursprünglichen Ziele zurück. Eigentlich wird fast gar nichts getan, um die Strahlung zu verringern. Wie lange wird die Strahlenbelastung denn noch ein Problem sein? Wir befinden uns immer noch in einem dunklen Tunnel. Es ist schwer, einen Hoffnungsschimmer zu erkennen. Es ist sehr schwer zu sagen, wie lange es dauern wird. Waren Sie selbst einmal vor Ort? Ich war als freiwilliger Helfer direkt nach dem Tsunami in dem Gebiet. Aber ich hatte danach nicht mehr die Möglichkeit zurückzukehren. Greenpeace-Kollegen aus aller Welt gehen immer noch dorthin und auch Fotografen. Sie zeigen uns die Realität der evakuierten Regionen. Was würden Sie sagen, wie hat die Atomkatastrophe Japan verändert? Jetzt sind wir soweit, über erneuerbare Energien als reale Alternative sprechen zu können. Auch die Gesellschaft äußert plötzlich ihre Bedenken gegenüber Atomkraft. Das ist eine große Veränderung nach diesem Desaster. Gab es denn tatsächlich Veränderungen in der Atomkraftpolitik in Japan? Ja, es hat sich wirklich etwas verändert in Japan. Auch wenn die Debatte um Atomkraft und erneuerbare Energien, wie viel Prozent von was, sicher noch Luft nach oben lässt. Aber vor der Fukushima-Katastrophe war gar nicht daran zu denken, Atomkraft in Frage zu stellen. Ein anderes Problem sind die radioaktiven Abfälle. Was macht die japanische Regierung, um dieses Problem zu bekämpfen? Momentan unternehmen sie nichts. Die Regierung hat noch nicht entschieden, wohin mit dem Atommüll. Es gibt da im Augenblick noch keine richtige Antwort. Auch ich kenne sie nicht. Man weiß hier in Japan nicht so recht, was man damit machen soll. Der Energiekonzern TEPCO wird ja oft kritisiert für sein Verhalten. Übernimmt das Unternehmen genug Verantwortung für das, was passiert ist? Nein, ich denke nicht, dass TEPCO genug Verantwortung für all diese Probleme übernimmt. Was will Greenpeace bezüglich Fukushima alles erreichen? Die evakuierten Bürger von Fukushima sollten anständig behandelt werden. Es geht nicht einfach nur um die Frage, ob sie zurückkommen können oder außerhalb der Zone bleiben müssen. Aber ihre Wünsche und Bedürfnisse müssen doch auch respektiert und gehört werden. Es geht hier nicht nur um Fukushima, es geht um ganz Japan. Unser Ziel ist der konsequente Ausstieg aus der Kernenergie und dass wir zu 100% auf erneuerbare Energien umsteigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017